Und uns hat Lothar Matthäus gecoacht. Oh, Walkout! Nein. Oh! Oh! Wir ziehen Eiken! Alter, wir ziehen Schweini! Junge! Schweini! Puck! Weltklasse! Klapp! Let's go! Oh! Ach so? Alter! Bist nicht live? Ja, aber du bist noch live, oder? Oh mein Gott! Hat mir jetzt einer geschrieben, dass... Ich wollte Aufnahme starten, falls ich was ziehe! Wie viele Zuschauer habe ich? 500 Zuschauer! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie witzelig! Oh! Maradona, Digga, der ist da! Huh! Dafür habe ich ihn geholt, Chat! Für'n schönen Schlinz mal hier! Für'n schönen Schlinz! Für'n schönen Schlinz! Dann sind wir erst mal bei den 100 Euro angekommen! Oh mein Gott! 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 Gönn! Oder irgendwas, was wert ist! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oha! Mal sehen! Ne! Da wird diese Nacht von dem Träumen, 38. Minute der Game gedreht, 4 Butzen. Was? Was? Guck mal, mein Spiel wieder. Klipp, 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 klipp. Was? Der Gegner steht vorm Tor, er wollte schießen, der hat abgefiffen. Jungs, habt ihr das gesehen, Digga? So macht man Tore, Digga. Einmal ein Clip, bitte. Believe in. Oh, wow, Gott, ich believe in. Oh, von Dirk, von Dirk. Von Dirk, baby. Believe in. Der ist wichtig gerade, ich bin das nicht gewohnt. Es ist immer, als hättest du immer Dauer-Delay in dem Spiel. Hey, diese Spiegel, Alter. Oh, Walkout. Oh, Walkout. Ich hab da ein Kinn gezogen. Hab ich euch schon mal gezeigt, wie man Freistöße schießt. Das kannst du mir wieder nicht erzählen. Das ist ein Dreieckspass. Ein Dreieckspass einfach mit der Spitze berührt. Bro, Mann, dieses FIFA ist so trash. Du kannst nix, Bro, das FIFA ist so trash. Was ist das für ein Dreieckspass? Bitte. Nein. Was? 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 Was, Junge? Was, Junge? Ja! Oh, mein Gott! Das gibt's ja nicht, ey. Mann, ey. Das ist eh nicht Varane, Alter. Die labert eben Müll, Alter. Die labert so Tumbo-Bullshit, Alter. Ich glaub ja, Marcelo. Ich glaub, er dreht so. Halt's Maul! Halt's Maul, Digga! Halt's Maul, Digga! Ich hab mich einfach schon wiedergezogen. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Schöner Versuch. Alter, was ist das denn? Digga, wo kommt der denn her? Na, nicht aus. Oh! Babbel! 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 Ja! Babbel! Ja! Junge, Babbel, Digga! Ja, Junge! Babbel! Ja! Durchgespielt! Durchgespielt! Wir wollen FIFA-Serie nehmen. Aber wir ins Netz, Leute! Wir ins Netz, Leute! Er ist gefangen! Ey, ich bin kein Mensch. Es ist Rivals! Nein, ich spiel! Oh mein Gott! Bitte giegel mir! Fischer Name! Fick mir den Arsch! Oh mein... Was? Digga, warum hast du ihn umgegräßt? Du hast ihn alles damit umgegräßt! Digga, ich hab gar nichts gekriegt! Oh mein Gott, Digga, komm! Ja, Digga, komm! Digga, scheiß auf ihn! Digga, ich würde den Controller so gerne schmeißen! Er ist so schlecht! Digga, Bail! Ich schwöre, der wird diskade, wenn ich ihn jemals ziehe! Digga! Drei Mal hintereinander verloren! Digga, Junge, der frisst freie Tore! Nicht dreimal oder so! Hey! Was kannst du mir erzählen, Digga? Ich bin die ganze Zeit freie Tore jetzt, Digga! Kusspein! Das Beste, das ich noch gehört habe, wie du in deinen Controller reingedrückt hast, als du ihn gefault hast! Ja, da ist ein Schein offen! Was? Hey, walk out! Ich hab weg! Es kippt! Oh! Mein Sohn! Ich hab mit dem Arsch geschaut! Ich hab mit dem Arsch geschaut! Ich hab mit dem Arsch geschaut! Auf jeden Fall Firmino! Auf jeden Fall ein stabiler Pult! Ja! Wie hieß der Name? Diego Carlos! Los! Nein! Bin ihr in der Info? Ja! Ja Junge! Wir hatten eine einstudierte Variante, die war unglaublich, Leute. Enzo. Enzo, kennst du? Der Ballecke, der erste läuft, lässt durch die Beine. Einmal, das habe ich auch in Bayern gemacht. Die Variante war unglaublich, glaub mir, die hat immer geklappt. Ecke ausgeführt, er lässt sie durch, ich stehe da, ziehe drauf und mache das Tor. 1-1, Niklas Sommer, zum ersten Mal in der U17 Bundesliga, macht einen Fehler, aber trägt die Mannschaft auf den Schultern und wir haben das Spiel gewonnen. Und so war ich oben. Ja, da bin ich etabliert. Moin, warum ein Rap-App? Petkus, weil meine Pags in der Rap-App so viel besser sind. Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Alle guten Spieler, die ich bis an gezogen habe, sind in der Rap-App. Alle! Alle! Wie schicke ich den Spieler mit dem rechten Stick? Bei mir funktioniert das nicht. Nein, du drückst erst... Ich habe es auch erst nicht gewusst. Ich dachte, man muss das auch gleichzeitig machen oder so. Aber du drückst erst L1, um den Spieler zu schicken und dann flickst du schnell den rechten Stick kurz danach in die Richtung, wo hinlaufen soll. Du kannst das sowohl machen mit dem Spieler, mit dem du gerade den Pass gemacht hast, als auch mit dem Spieler, der einfach vor dir steht oder sonst wo du halt hinschoss quasi. Oh, oh Gott! Argentinien! RF! Die Maria! Scheiße! Ich habe nur gewartet, bis du schreist Barcelona, Digga! Fuck! Kann ich euch das zeigen. Direkt weg! Direkt weg! 1 5 3 4 4 5 5 6 8 5 5 8 19